Ach ja, das passt dir jetzt natürlich, dass du hier so ganz offen auf mir rumhacken kannst. Mein Anwalt hat doch recht, ich war dir von Anfang an ein Dorn im Auge. Ach wirklich? Ach, weißt du. Dennis weiß, was er an mir hat. Ja, was hat er denn? Einen dummen Dorftrampel. Einen dummen Dorftrampel ist doch immer noch besser als eine miese kleine Schlampe. Also, ich will jetzt von Ihnen beiden keine Beleidigungen nennen. Von keiner von Ihnen beiden, ja? Ja, aber es ist doch wahr, ich kann es beweisen, dass sie eine Schlampe ist. Ich kann das beweisen. Ich habe schwarz auf weiß. Amen, es reicht. Das gehört hier absolut her, es ist doch wahr. Alle sollen doch wissen, wie Nina so drauf ist. Also nochmal, sie dürfen ihre Meinung hier äußern, sie dürfen ihre Wahrnehmungen äußern, aber ohne Schimpfworte, bitte, ja?